Ach ne, jetzt gibt's ja hier wieder diesen Umweg. Pampf, Tackle! Ja, okay, jetzt sind bald 15 Minuten um. Von der Voraufnahme noch bisschen. Ich mache jetzt, ich ziehe jetzt hier einfach durch. Also, ich denke mir so, naja, warum sollte ich jetzt neu? Ich hab eh keinen Bock. Ich will jetzt einfach weiter aufnehmen. Ich will jetzt nicht deswegen noch streichern. Wie geht's, Digga? Oh, ich bin voll fame heute, oder? Oh, ich bin voll fame heute, oder? Aber insgesamt ist das ja, fast alle Pokémon-Spiele, wenn ich mich recht im Sinne an die blaue und an die rote angelehnt. Und, wie jeder findet man... Infos zur... roten und blauen... Wo es allerdings die größte Anzahl von Kulpepastas gibt. Wenn ich weiß, dass Kulpepastas sind, einfach mal www.kulpepasta.de, wenn es richtig ist. Aber diesen Link schreibe ich einfach mal in die Beschreibung. Weil ich gerade so lustig bin. Weil ich so drauf bin. Echt viele Pokémons. Das muss ich so sagen. Sekunde, ich hab eben fix das Mikro neu runtergestellt. Das jetzt ist näher am... Ja, ist da jetzt so. Näher am... Ne, ich glaube noch weiter hoch. Ich hab hier... Ich spiel ja mit Links. Ich kann das also alles beständigen. Muss ich bloß mal treffen. Ach komm, fick dich. Ich werde jetzt ein bisschen schneller. Weil ich gerade einfach nur Bock hab irgendwas. Ich will jetzt nicht 20.000 Wege machen. Was ich aber machen werde... Ist... Falls wir in irgendeiner Höhe sind, werde ich alles einzeln machen. Damit eigentlich jeder... ...heraus finden kann, was ich... ...machen muss. Und was derjenige machen muss. Wenn hier irgendjemand mal zuschauen würde. Na... Wenn nicht mal irgendjemand mit dem Kommentar kommen würde. ... ... ... ... ... ... ... Dann sag ich nur... ... 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 Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat ganz einfach was mit meinem Mikrofon zu tun. Was ganz einfach nur Müll ist. Da ich ein Headset aufnehme, ist das sehr schlecht. Hey, meins war nicht vollgetankt. Jetzt fühle ich dich. Bitch. Er liebt mich. Komm, lass mich. Daumen durfte er. Eigentlich hast du Schluss. Ha, ha, ha. 69 EP, ja. Falls jemand versteht, was ich meine. Warum heiße ich hier den Spieler? Naja. Ich bin auch ein sehr großer Fan von der TV-Serie allerdings. Allerdings schaue ich lieber die ersten Folgen, also die ersten Staffel. Die habe ich eigentlich noch nie zu Ende geschaut. Damit würde ich echt gerne mal, ja, zu Ende antun. Nein, antun ist hier das falsche Wort. Und jetzt alle sind es echt schöne, schöne Serien. Obwohl da auch genau immer dasselbe ist. Man, keine Ahnung, man, man levelt seinen Pokémon hoch, besiegt die Top 4 und gut ist. Allerdings finde ich, die Serie ist da noch ein bisschen abwechslungsreicher. Jetzt heiß natürlich immer. Super. Boah. Ach, die Musik ist so schön. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ähm, Windspieler? Ähm, wie hälst du so? Ähm, wie hälst du so? Gott, ich komm gerade wieder von Namen. DS-Spiele. Nintendo DS. Dafür Spiele irgendwo runterzuladen? Also jetzt, die man hier auf dem PC spüren konnte. Falls der auch nicht mal Ahnung hat, bitte mal in die Comments. Weil ich damit echt keine Ahnung hab. Pokkabelle halten. Jaaa, ist klar. Hab ich jetzt schon Pokkabelle? Die gibt immer noch etwas drinnen. Ja, vielleicht... Ne, hier, sondern eher am Gras. Aber naja. Sieh mal, ja, was ihr wohl für Forschungen da betreibt. Ist klar. Ich sag ja nur. Ja, ja. So mach ich's bei dir. Oh, man. Oh, ja, Mama. Jaaaa. Ich brauche mir die Probe drüte an. Ich nehm jetzt noch ungefähr 8 Minuten auf. Dann bin ich bei wieder 15 Minuten von dem zweiten Part. Und dann mach ich ne Pause. Da ist es noch ein bisschen zu, weil ich einfach nicht schlafen kann. Sekunde. Gibt es nicht die Lauftreter, oder wie die Hesen, in der Dings schon? In der... Ne, die gibt es heute immer noch, oder? Nee, ich spiele die neun, die letzte, die ich gespielt habe, die waren mit Palkia und so, also wo Palkia auf dem Cover drauf war. Ich komme auch nicht drauf. Auf dem, ich kenne nur die S2, war natürlich schön. Mit den... mit Palkia und den anderen drei legendären Pokémon. Mit Selve... keine Ahnung was noch, keine Ahnung. Also irgendwie fällt mir noch Selve ein. Auf dem Käfer-Pokémon. Er braucht schon Käfer-Pokémon. Warte mal, was denn... Ah, der küse ist durch. Vorher halt... Ne, halt vorher eigentlich nicht mehr. Ist es eigentlich möglich in dem Spiel? Ähm... Mew zu fangen? Mew ist ja der größte... Ja, also das ist der größte Clitch, den es endlich jemals gab. Ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, ob das möglich als Clitch gemeint war. Ich glaub, dass echt alles geplant war. Weil... rausgemacht würde der besser gehen. Und vor allem... Wer testet denn sowas? Letztendens muss es einmal von den Entwicklern ja gemacht haben. Da ganz einfach... Der... Sowas kann man doch gar nicht herausfinden. Du musst den Dill kämpfen, du musst so viel Schritte gehen, darfst... Das Menü kann sich mehr öffnen. Wer testet denn sowas? Na nicht mal. Wenn noch bis der kommt, sich wegteleportieren? Das ist außerdem echt schwer, Dings zu fangen. Lebelacht! Lebelacht! Schau mal! One Piece! Nein, das ist für mich irgendwie wie One Piece. Eben grad gesehen. Es sah genauso aus. Aber ich schau diese Eriere an. Nein! Das ist so, dass... ...dass kann ich mich überhaupt nicht faszinieren. aber naja ich merke ich habe eine neue attacke lebensschelder markens ich hoffe es sind jetzt auch alles perfekt auf mal dass ein Pokéball keine Verrückung Gesundheit habt ihr nicht auch immer versucht bei einem Trainer möglichst weit vernehmen wegzugehen also ich habe es noch nicht gibt es auch zu ich habe immer versucht möglichst weit weg von dem nicht zugewegen weil ich nie gegen die Kämpfe alles meine Meinung nach war das so was von sinnlos ich meine bitte die sind nur so schwer noch nicht mal so und dreimal beziehungsweise viermal vielleicht schon in der Aufnahme gesuchtet schlimm und für alle die es im Kommentar ist irgendwas gedacht haben nein ich bin nicht Raucher und ich bin stolz darauf nicht traurig zu sein ach was sagen die noch rein glaube ich im Fernsehen dann das ist ein Bild von Marvin dann sollte sie diese mal wieder gießen das sind Erinnerungen das sind echte Erinnerungen dann wird das das wird das auch jedes Mal wie ich es eben gerade gemacht habe ich weiß ja nicht das ist meine Kunst glaube ich erstmal günstig dass hier noch keine Wirklichkeit gibt ich hab schon vielleicht am Anfang zu fangen gut gemacht Rolfi von den Simpsons passt da irgendwie, der hat ja nicht, auch rote Hosen und so ein blaues Shirt der ist der Oberchecker hier Chavos, wissen wir, der Babel ist ja der trollt mich der trollt mich der ist böse naja, gut, oh, guck mal ja, das ist genau das, wonach es aussieht sorry, aber das musste jetzt sein oh, wir sind ja so traurig, oh ich würde jetzt echt gerne mal davor springen Arena nein extra, das würde ich vermeiden, weil jetzt die Luftnahme fast zu groß wird aber ja ich kann jetzt einen Mann Cut machen und ich sag dann ganz einfach mal Tschüssi und ich fremde jetzt noch und die Brügel wird heute Abend hochgeladen sieh, das ist das ich wünsche mir noch auch es ist das die